Max und Moritz Eine Bubengeschichte in sieben Streichen Geschrieben von Wilhelm Busch Vorgelesen von Angelika Davy Erster Streich Ach, was muss man oft von bösen Kindern hören oder lesen, wie zum Beispiel hier von diesen, welche Max und Moritz hießen, die, anstatt durch Weise lehren, sich zum Guten zu bekehren, oftmals noch darüber lachten und sich heimlich lustig machten. Ja, zur Übeltätigkeit, ja, dazu ist man bereit. Menschen necken, Tiere quälen, Äpfel, Birnen, Zwetschgen stehlen, das ist freilich angenehmer und dazu auch viel bequemer als in Kirche oder Schule. Festzusitzen auf dem Stuhle. Aber wehe, 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 wenn ich auf das Ende sehe. Ach, das war ein schlimmes Ding, wie es Max und Moritz ging. Drum ist hier, was sie getrieben, abgemalt und aufgeschrieben. Mancher gibt sich viele Mühe mit dem lieben Federvieh. Eines Teils der Eier wiegen, welche diese Vögel legen, zweitens, weil man dann und wann einen Braten essen kann, drittens aber nimmt man auch ihre Federn zum Gebrauch. In die Kissen und die Fühle, man liegt nicht gerne kühle. Seht, da ist die Witwe Beute, die das auch nicht gerne wollte. Ihre Hühner waren drei und ein stolzer Hahn dabei. Max und Moritz dachten nun, hmm, was ist hier jetzt wohl zu tun? Ganz geschwinde, eins, zwei, drei, schneiden sie sich Brot in zwei, in vier Teile, jedes Stück wie ein kleiner Fingerdick. Diese binden sie an Fäden, übers Kreuz, ein Stück an jeden. und verlegen sie genau in den Hof der guten Frau. Kaum hat dies der Hahn gesehen, fängt er auch schon an zu krähen. Kik-kiriki, kik-kiriki, tak, 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 da kommen sie. Hahn und Hühner schlucken munter jedes ein Stück Brot hinunter. Aber als sie sich besinnen, konnte keines Recht von hinnen. In die Kreuz und in die Quer reißen sie sich hin und her, flattern auf und in die Höhe, ach, herrje, herrje, minne. Ach, sie bleiben an dem langen, dürren Ast des Baumes hangen, und ihr Hals wird lang und länger, ihr Gesang wird bang und bänger. Jedes legt noch schnell ein Ei, und dann kommt der Tod herbei. Witwe Bolte in der Kammer hört im Bette diesen Jammer. Ahnungsvoll tritt sie heraus, ach, was war das für ein Graus! Fließet aus dem Aug, ihr Tränen, all mein Hoffen, all mein Sehnen, meines Lebens schönster Traum hängt an diesem Apfelbaum. Tief betrübt und sorgenschwer kriegt sie jetzt das Messer her. Nimmt die Toten von den Strängen, dass sie so nicht länger hängen. Und mit stummen Trauerblick kehrt sie in ihr Haus zurück. Dieses war der erste Streich, doch der zweite folgt sogleich.